Kannst du dich mal mit links schminken? Ich habe den Trend jetzt schon öfter auf meiner For You gesehen. Ich glaube nicht, dass ich es hinkomme, aber ich gebe mein Bestes. Okay, rechts, links, links. Fangen wir an mit Primer. Also bis jetzt geht noch alles fit. Jetzt Foundation. Okay, das Gefühl ist irgendwie weird. Kennt ihr das Gefühl, wenn man auf so einen spiegelverkehrten Bildschirm schaut und dann so irgendwas berühren muss und man findet es einfach nicht? So fühlt sich das an. Das dauert auch viel länger und ist irgendwie voll unordentlich. Seid ihr Rechtshänder oder Linkshänder? Also ich bin Rechtshänder. Ähm, Puder? Base ist soweit fertig, kommen wir zu den Augenbrauen. Hä, wie muss ich diese Bewegung machen? So müsste es irgendwie passen. Wir kommen zum schwierigsten Part und zwar Eyeliner. Den kann ich ja noch nicht mal mit rechts richtig auftragen. Okay, wir werden es trotzdem versuchen. Wünscht mir... Ich wollte gerade sagen, wünscht mir Glück, aber no. Wir vergessen das jetzt einfach. Wir sprechen da jetzt nicht drüber. Lip Liner und Lippenstift. Und wie bewertet ihr meinen Look? Und wie brauche ich den Nuss namens Lippenstift Vielen Dank.